Okay, ja. Warte, 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 warte. Pass auf, jetzt geh ich an die... Zack! Oh Gott. Du musst dich, du musst dich langsam, äh, schön da... Achso, du wirst hier lang. Raus los. Zack, und jetzt hin. Woah, Alter! Alter! Achso, die... Ah, lol. Warte. Jetzt haben wir beide losgelassen, Alter. Warte mal, lass du los, versuch du. Okay, ja, warte. Scheiße. Einfach so ne Wurst, ey. Warte, 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 warte. Ich lass. Du musst... Ne, das ist die falsche Richtung. Hier. Warte. Jawohl, jawohl. Nice. Und jetzt? Dürfen wir da rechts dran kommen? Ah ja, das ist ne Leiter, okay. Okay. Ja, oh. Ja, oh. Ja, oh. Schön die Sounds, Alter. Oh! Oh! Gibt's da oben wieder ein Special? Alter, wer liegt da drin? Was ist der denn, Alter? Lüftungssystem der untadeligkeit, was ist das denn? Hä, der liegt hier einfach, ey. Der ist einfach tot, der wird einfach... Jawohl, ein Checkpoint. Oh, perfekt, perfekt. Oh! Ich dachte kurz, ey. Okay. Langsam hoch. Mein Arm ist wieder eingerollt. Wir sollten aufhören da... Hä? Das bist du... Oh! Ähm... Alter, da ist so ein Vieh. Oh! 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 Mach, du schüttelst weg! Oh! Den überräumen wir einfach. Vorsicht, die müssen... Die greifen an, Alter. Jeder spielt einen Arm, genau. Oh! Weg! Los, schmeiß weg! Ja, ich versuch's doch grad! Okay. Jawohl. Kommen wir hier oben lang? Ne, ne? Doch! Oh, lol. Ah! Warte. Einmal Schwung. Zack! Ah! Oh! Scheiße! Willst du da wirklich hoch? Ich weiß nicht. Okay. Hier ist ein coolen Partyhut. Wir hatten noch nie nen Hut auf. Aber kann man die sich wirklich fest auf... Hä? Ja, man kann sie sich aufziehen. Aua! Dreck sauber. Lass mich los, lass mich los. Ich schüttel sie dann ab. Scheiße. Toll, das ist jetzt ein bisschen... Oh Gott. Warte, 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 warte. Ich halte mich oben fest und du lässt deinen Arm absterben quasi. Warte. Lass ihn absterben, lass ihn absterben. Lass ihn absterben. Boah, Alter. 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 Alter, wie soll das denn gehen? Lass absterben. Wir passen hier gar nicht durch. Es geht nicht. Doch mit Y. Tatsache. Gerade nicht mal hab ich das mit B gemacht gedrückt gehalten. Oh. Warte, 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 warte. Warte, was war das für ein Flüstern? Ich muss ihn wieder absterben. Ich bleib einfach hier hinten. Ich glaub das bringt nichts. Iiii. 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 Jetzt musst du schieben. Schieb mal, schieb mal, schieb mal. Schieb mal, schieb mal. Oh, Alter, ich war grad kurz vor dem Trinken. Warte, ich. Schieb mal. Wie so'n Wurm, wie so'n Wurm musst du uns. Nein, nicht ziehen. Genau. So. Jawoll. Und jetzt ist das los. Oh Gott. Oh Gott. Geh mal. Lull. Alter. Vorsicht. 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 Einfach mal gepömpelt. Iiii. Diese Tschernobyl-Bälle, Alter. Tschernobyl-Bälle. Oh. Oh. Aua. Da hat's ihn erwischt. Sag hier mit. Oh. Immer irgendwo gegen schütteln dann einfach. Zack. Gar kein Problem. Zack. Jawoll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh, Alter. Was ist das denn? Ist das Zabba? Iiii. Ja, das ist wieder der Glibber, wo man sich nicht festhalten kann. Oh mein Gott. Oh. Was ist das denn? Oh. 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 Alter, das war einfach Abwasser-System von Dings von Tote Sterne. Oh. Mach weg. Mach sie weg. Mach sie weg. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, guck mal wie wir aussehen. Du musst dich schon abschütteln. Wir sind voll mit Leidenschaft gezogen worden. Einfach. Einfach blaues Auge von der Ratte. Das kann ich meinen Jungs doch nicht erzählen. Scheiße. Iiii. Iiii. Wie das rumsammert, Alter. Oh nein. Da kommen welche. Komm rum jetzt, du scheißarm. Ich glaub so komm ich nicht rum. So. Ja. Ach du Drecksau. Alter, Alter, die kommen hier überall. Alter, wie viel die sind. Alter. Die hören nicht mehr auf. Jetzt. Jawohl. Komm. Warum? Ich halte mich nicht fest. Ich bugge da irgendwie drin rum. Was ist das? Ich halte mich nicht fest. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Nimm sie weg. Alter. Oh nein. Ach du Drecksau. Alter, du musst drücken, Junge. Alter. Oh shit. Ich fühl mich so nicht mehr wohl. Jawohl. Oh Gott. Alter, Alter. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie abgefangen. Ja. Oh shit. Oh ja. Jawohl. Jetzt machen wir die Monkeys hier. Einmal hier den Jojo. Alter. Nein. Scheiße. Ich dachte wir könnten Momentum mitnehmen. Ich greif irgendwie in der Luft. Alter. Was bieten da so? Das sind glaube ich Ratten. Da warten 10.000 auf uns. Jawohl. 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 Alter. Komm schon. Jawohl. Scheiße. Hahaha. Ich komm nicht durch. Jawohl. Jawohl. Warte. Ja. Boah. Ich hab körperliche Anstrengung spür ich dabei. Oh mein Gott. Oben. 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 Oh. Ich geh hoch. Ja. Okay. Warte. Ich lass los. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Okay. Nein. Oh. Oh. Die kommt da raus. Nein. Ich war mal ernst. Oh nein. Los. 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 wasser kommt. Mach, 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 mach. Partyhut. Scheiße auf Partyhut, scheiße auf Partyhut. Komm, 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 komm. Los. Scheiße, komm. Ah, bist du da? Dein Arm, dein Arm. Oh, was ist denn da für eine Wurst? Ach, jetzt. Okay, jetzt schwing dich. Schwing dich. Warte, komm noch einmal. Oder? Scheiße, nee. Okay, warte, warte, warte. Doch, doch, doch. Und wir lassen uns fliegen, oder? Ah. Oh, scheiße. Okay, hoch, hoch, hoch. Nimm. 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 Oh Gott, ich krieg echt Schmerzen. Für die Lieferando-Helden hier. Oh mein Gott. Ah. Los, 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 los. Und schwingen, 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 schwingen. Ach, dieses Drexel. Und loslassen dann. Los, 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 los. Oh, diese Rollarme. Der Rolllops. Links, 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 links. Ja. Alter. Ich weiß nicht, ob die hier weiter reinkommen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist das eklig. Oh, Alter, ich krieg wirklich Zustände. Oh, Isama. Alter, ist das krass. Oh Gott. Ratten auf der Jagd. Wie gut wir das machen? Ja, hoffentlich. Wir sind echt gut. Aber das ist ja krass, ey. Flügel der Abfall entsorgt. Warte mal, was ist das denn hier? Warum ist hier die Klappe aufgegangen? Ohne Scheiß. Ich fühl das richtig gerade. Da ist ein roter Hebel. Ich fühl den Pümpel. Das ist doch wieder irgendeine Falle für uns. Hä? Nein, wie geil ist das denn? Alter, einer muss hier an... Scheiße. Warte, wir müssen uns erstmal richtig auf den Stuhl setzen. Warte, ich muss meinen Arm hier aber kriegen. So, warte, warte. Ach, da ist noch was. Okay, warte mal. Was ist das denn? Na, Scheiße. Ja, warte mal. Wir sitzen hier falsch drauf. Achso, vielleicht so. Achso, könnte man es machen. Okay, okay, ich nehme den Hebel. Warte, ich halte den fest. Warte mal, was machen wir denn? Was ist unsere Aufgabe? Scheiße, Alter. Müssen wir uns selbst immer hin und her? Aber das funktioniert nicht, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwas anderes damit machen. Fahr mal ganz nach rechts. Vielleicht ist da irgendwas, was wir holen müssen. Ist das ein Magnet, oder? Oh Gott. Das sieht mir so aus, als wäre das ein Magnet, den wir da irgendwie holen müssen. Das vielleicht? Was? Jeder hat aufgegeben an der Stelle, wo wir gerade sind? Holy shit, was? Oh, warte mal, 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 warte mal. Wir müssen das bestimmt hier reinlegen, damit wir hier rüberkommen, oder? Hätte ich auch gedacht. Das sind verschiedene Teile, glaube ich, von der Größe her. Was mache ich denn hier mit dem linken Schalter? Ich glaube, du kannst den hoch und runter. Hoch und runter, ja. Fertig. Ja, warte mal, können wir mal... Alter, hör doch auf! Ne, ich mach ganz hoch. Ach du Scheiße. Kannst du den roten Knopf drücken? Scheiße, ich komm nicht an den roten Knopf ohne... Warte, warte, ich zieh die ganze Zeit zu mir, Scheiße. Okay, jetzt, jetzt hab ich, jetzt hab ich gut. Nein, jetzt hast du losgelassen. Warte, 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 warte. Warte, ich muss ihn wieder anmachen, ich muss ihn wieder anmachen. Ja, okay. Da geht's ja nicht rein, wahrscheinlich, oder? Oder müssen wir es andersrum? Nee, das passt nicht. Das muss hoch. Wobei, passt auch nicht so. Jetzt der Knopf. Ich glaub, da. Da ist es sehr weiter. Warte. Das sollte reichen, oder? Ja, ich glaub schon, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hätte er es auch da reingemusst. Ich glaube, das muss in die Mitte. Wir brauchen den auf jeden Fall hier noch, um uns auch dran zu hangeln, oder? An dem Magneten. Mach das nochmal raus. Mach nochmal runter. Willst du dranhaben? Ja, mach mal, mach mal. Okay, hoch, 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 hoch. Warte mal, nee, das passt auch nicht, oder? Doch, doch, passt, passt, passt. Alter, mach langsam runter. Langzeitlich langsam runter. Runter, runter. Sag mal, sind wir hier auf der Baustelle, oder was? Langsam. Du, Parko, ist glaub ich richtig. Toll. Warte mal, pass auf. Hau mal dagegen nur. Jawohl. Na, war als ob. Oh, doch. Warte mal, warte mal. Jawohl, komm. Alter, das passt perfekt. Null. Da stellt uns ein. Geil, Geil, Geil. Alles. Benutzen. Auf der... Ah, jetzt check ich's. Okay, warte. Zack. Jetzt check ich das erst. Geh hoch, 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 hoch. Kann jetzt hier rein. Zack. Oh, warte. Nicht getroffen. Zack. Jawohl. Warte. Können wir vielleicht noch mal. Bisschen anschieben. Scheiße, ich hab den Leben losgelassen. Fuck, fuck, fuck. Warte, warte, von der anderen Seite. Und jetzt. Jetzt noch runter. Runter, runter, runter. Irgendwie geht's hier. Runter, runter. Warte. Jawohl. Ich glaub, das ist zu fett. Ich glaub, das kriegen wir nicht geschoben. Kranfahrer. Hier sind die Kranfahrer. Okay, das müsst ihr aber trotzdem reichen, oder? Da müssen wir bestimmt jetzt hier aber die Gondel. Genau, den lassen wir da bauen hin. So? Oder ein bisschen niedriger, ne? Warte. Oh, komm. Vielleicht noch ein bisschen in die Mitte. Gott, die jetzt hier rauskommen, auch noch ungeschadet, ey. Perfekt. Vorsicht raus. Ey, dieser Scheiß, oh. Scheiße. Ey, dieser Dreckssitz hier, ne? Du bist... Du bist... Du bist ein... Du bist ein Hegel gekommen. Alter, wir müssen uns an den Sitz... Genau. Ja, ja, das. Nein. Ja, nein, nein. Oh Gott, lass den los. Ja, ja, geil, Alter. Aber ich glaub, wir haben es nicht... Aber doch, das schwingt ja, ne? Wir können bestimmt schwingen, oder? Weiß ich nicht. Okay. Jawoll. Jawoll, komm, na... Ey, oh Junge, wir schwingen uns einfach komplett drüber. Wir schwingen uns einfach komplett drüber. Alter, easy, warte mal. Halt ich mal komplett fest. Halt ich mit dem auch noch fest. Du musst auch noch mitschwingen. Warte. Warte, nochmal doppelt schwingen. Oh, ich komm nicht ran. Okay, jetzt schwung. Warte, noch nicht, noch nicht. Warte, hier ist die Decke. Okay, nächsten, ne? Ja, der nächste. Und warte. Und... Los. Ja, das war genau so geplant, das wollten wir. Ey, ohne Scheiß, wir sind einfach in die einzige Lücke gefallen, die wir offengelassen haben. Das kann nicht sein. Die einzige Lücke, die wir offengelassen haben. Geil. Okay. Vielleicht ein bisschen früher los. Oder ein bisschen noch später, ich weiß es nicht. Warte, einmal noch. Einmal noch neu Anlauf holen. Ja, das will ich jetzt auch einmal versuchen noch. Okay, und los. Oh, wir sind langsam noch. Jawohl, wir sind drauf. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Alter, nice. Ja, komm. Wo habt ihr denn aufgegeben? War doch nichts für uns. Zack. Oder es sei denn... Was ist das denn? Oh, echt? Das war falsch? Nein. Wirklich? Oder? Jetzt soll er nicht, wir müssen das nochmal neu machen. Nein, das war richtig. Alter, wir waren krass. Oh, lol. Alter. Und jetzt, Alter, das wäre so witzig, wenn wir jetzt so wunderschön rauskommen. Also wie Thaddeus. Minen der Ehe-Tümer, Alter. Alter. In der Mine. Oh Gott. Ihhh. Was ist das denn? Alter, die ganze Schleim hier, ihhh. Der flatscht richtig weg. Warte, warte, was hast du? Also, Checkpoint, Checkpoint, einfach rein. Wer weggeschwungen, 10 von 10. Ist so. Ist echt so, ihr müsst alle die 10 hochzeigen hier. Zeigt eure Bewertungstafeln. Jawohl, 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 jawohl. Mein Arm ist immer so eingerollt. Warum? So eine Schnecke, die sich in das Haus zurückzieht, Alter. Ich bin einfach Angst da. Ihhh. So eine Nackschlecke. Ihhh, da ist immer so eine Ratte gestorben. Oh, joh, oh. Da ist eine Schaufel drin. Da ist eine Schaufel drin. Wie bei Daisy. Was macht der denn da? Warum furzt der Boden so? Willst du? Ja, mach du wieder. Ja, 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 ja. Wunderbar, schön, 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 wunderbar. Ich muss mal ausrollen hier. Warte mal, warte mal. Ne. Der weint. Warum lässt der los, Alter? Lass doch nicht los. Ich war so gerührt vom Bein. Der sinkt. Ach nein, Wurstarm hier wieder eingerollt, ey. Jawohl. Brastwurstschnecke. Guck mal, ist es wieder. Jawohl, jawohl, jawohl. Ist das da oben? Ach, nur ne, nur ne, nur ne Lampe, okay. Aua. Boing, boing, boing. Vorsicht, Vorsicht, der steht da. Was macht der da? Den können wir wegkicken. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Kippt in mir. Warte, ich bin dran oben. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh. Vorsicht, Vorsicht, das ist heiß. Ah, oh. Ah. Alter, geil, das ist die 10 aus 10. Sehr schön. Junge. Der baut 10 aus 10. Molly, hey. Alter, das ist so nice. Ey, die Musik erinnert mich an, wie hieß das dann? Havis in den Augen oder so. Ein bisschen, wie ist das, wie hat das? Okay, hast du, hast du, hast du. Sehr gut, klasse. Ja, ja. Ich wüsste halt mal gern, was wir sind, einfach für eine Mutation, Alter. Die haben einfach irgendwelche. Oh, scheiße, warte, 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 warte. Wir sind die Helden, ne? Achilles und Brutus. Achilles und Frilles. Ja, ja. Nur 200 Jahre. Okay, rüber, rüber, rüber. Oh, komm, wo ist das Arm? Ja, ja, ja. Geil. Und jetzt rüber. Zack. Boah, zack. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schlaps. Oh. Okay, Vorsicht, du. Oh, guck mal, wunderbar. Warte, warte, warte. Warte, nochmal. Und hepp. Und hepp. Nein! Scheiße. Warum lass ich auch los, wenn du noch nicht safe bist? Scheiße, Mann, ich hab's verkackt. Das ist Voldemort. Achso, stimmt. Nur ohne Turban. Ich seh's. Professor Flitwitsch. Max hat mich eingerein zum Fallgeist spielen. Alles klar. Max, wow. Wir spielen hier gerade Borreguys. Wir sind einfach Madguys, Alter. Huh. Jawohl. Wir sind die unbestellte Bento-Armplatte, Alter. Die Bento-Armplatte. Inside out. Hui. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Haben wir noch. Du gehst. Okay, ich geh. Oh Gott. Okay, ich geh. Jawohl. Und warte. Schwupsi, hast du? Jawohl. Und plopp. Ist das Dynamit? Ah! Nein, ey. Jetzt kann ich ja auch sein. Moin. Unravel 2 ist so ähnlich, aber ein schön. Aber Unravel spielt man da auch nur ein Körperteil, oder wie? Ja, Unravel ist das, glaube ich, ähnlich, ja. Ach so. Aber nee, da hast du, glaube ich, auch zwei Püppchen, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, ne? Das war doch auch so diesen Garn- und Faden-Püppchen. Okay, Vorsicht. Mit Konzentration, mit Ruhe. Ich war der Arm, der in der Sonne war, der dunkle. Ich bin der Keller-Kind-Arm, Alter. Der Keller-Arm. Boah, wir sind eigentlich leider los mit dem Keller-Arm. Schön, schön, schön. Super, klasse. Dream Team. Kann auch nur Coach-Korb. Zack. Warte, warte, warte. Und ich gehe rum. Okay, warte, warte, warte. Warte, 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 ruhig, ruhig, ruhig. Ja, ich habe. Ohne, höp. Bolle. Ich habe das Gefühl, dass man... Was ist da oben? Oh, oh, oh. Oh, Gott. Komm, links hoch, meinst du? Sollen wir? Wir können es probieren. Jawohl, schönes Ding. Ich glaube, wir müssen sogar vielleicht... Hast du, hast du? Ja, habe ich. Okay. Warte, warte. Ach, willst du links, äh, rechts dran? Ja. Oh mein Gott. Da müssen wir aufpassen. Ui. Ach, du Scheiße. Okay, los. Ah! Oh, shit, warte. Und, und, und los. Ja. Ich glaube, wir müssen da hoch, da hochrechts. Alter. Alter, wie nice. Ja, Checkpoint, nice. Jawohl, Alter, geil. Sauber. Oh, nee. Sauber. Geil, Alter, sauber, Junge. Putzer. Sehr gut. Müssen wir das Seil benutzen? Ah! Ey, können wir uns da dran spinnen an dem Schild? Nee, ich glaube nicht, oder? Alter, was? Ich schwöre sogar. Warte. Halt dich auch mal fest. Ich hänge. Warte. Halt dich mal fest an dem Schild. Okay. Wie geil ist das denn? Oh, warte, warte. Ah, wir müssen... Ui. Oh, nein. Dreck. Wie geil ist das denn? Das ist ja ultra nice. Unten war noch was, aber... Oben war der schwerere Weg. Warum... Ach so, jetzt könnte ich... Vielleicht war nur noch ein Secret oder so. Ich weiß es nicht. Oh, Aua, meine Hand! Alter! Wir nehmen jetzt die Runde! In die falsche Richtung, falsche Richtung! Egal, drei! Oh! Alter! Alter! Mein Arm ist abgestaunt. Oh, oh, oh! Alter! Oh, was ist Glatze! Oh, nein! Wir leben noch. Jetzt hier rüber, jetzt hier rüber! Warte, 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 warte! Scheiße! Oh, Gott! Zieh, 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 zieh! Komm nicht drin! Nein! Scheiße, Alter! Boah, es ist... Wir hingen da so scheiße. Wir machen das klasse, das. Wir müssen einfach nur ein bisschen... Ja, oh! Jawoll! Oh, ja! Eins, zwei, zwei... Hätten wir den Helm angezogen! Und drei! Was ist das los? Oh, mein Gott! Okay, Vorsicht, Vorsicht! Hast du? Jawoll! Oh, das wird gefährlich! Wir können auch oben versuchen, uns dran zu hingen. Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ich halte mich hier fest und warte mal los! Mann! Los! Jawoll! Jawoll! Oh! Direkt in die nächste Weeble! Was ist das denn für eine unfaire Scheiße? Wollen wir oben versuchen? Ja! Ich versuche auch nochmal hier... Jawoll! Jetzt hoch! Oh! Ah! Warte, pass auf, ich gebe dir gleich den Schwung. Eins, zwei und drei! Jawoll! Jawoll! Perfekt! Klasse! Super schmackig! Boah! Ey, wir sind krass, Mann! Oh, was hast du denn mit Schiefel, Alter? Ey! Stimmt, was ist der Pöbel? Ich muss den Rollo wieder auspacken hier! Ja, 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 ja! Rein in die Gehmo! Schön! Ey, rein! Dein Regenwurm hier, ey! Lass mal dein Arm absterben! Oh, lol! Ich schieb dich voran! Scheiße! Okay, warte, 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 halt dich fest! Komm rum! Ja, ich schnapp einfach den Stiefel! Ja, warte, warte, warte! Jawoll! Geil! Was ist jetzt los? Jetzt! Achso, das war die Musik! Oh, und fallen lassen! Jawoll! Jawoll! Geil, Alter! Okay, warte, 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 und los! Ah! Scheiße! Warte, 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 okay, und jetzt! Warte, 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 warte warte nochmal, da ist Dynamit! Okay, los, los, los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, easy, easy, easy! Nice! So gut, sehr stylisch! Warte, 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 warte! Kriegst du es hin? Ja, ja, ja! Ja, wunderbar! Ja, ja, wer krabbelt so ran? Alter, was sind denn da für Augen? Jihi! Alter, der ist aber interessiert! Das sieht aus wie ein Frosch! Du musst ziehen, du musst ziehen! Die Molly hat den Bernie aktiviert! Scheiße, irgendwie ist die Technik! Was ist denn da los?! Warte mal hin! Scheiße, ich hör nichts! Dafür ist es, glaube ich, zu leise! Ich hör nur unser Geschmatze! Hihihi! Fuck, ey, das ist aber auch eng hier! Einmal durch den Darm hier, ey! Auf den Stufen des Erstgeborenen! Was?! Oh, wie kommen wir denn hier durch? Müssen wir das kaputt machen? Ah, lol! Geil! Okay, nice! Perfekt! Ziii! Das ist bekloppt, ey! Geil, ein Checkpoint, ey! Geil, Alter! Aber der Hut sitzt, genau! Mein Name ist so! Das ist so! Das ist so! Geil! Das ist so! Das ist so! Ich bin jetzt zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020